Dann tun wir uns so richtig hardcore die Sache hier geben, meine Herren. It is der Wahnsinn, ne? It is it. Der helle Wahnsinn. Also so 50% des Spiels ist man nur mit diesen ganzen Aufgaben beschäftigt. Wo geht's denn lang eigentlich? Hier links, wa? Ja. Und da kann ich das schon verstehen, wenn man das abbricht. Aber ich spiel's dann lieber offline. Das ist dann vielleicht auch ein Abbruch, aber nein. Wir versuchen jetzt noch diese nächste Herausforderung zu schaffen. Halt, einen kann man ruhig mal übernehmen hier. Hä? Das ist doch ein Informant gewesen, oder nicht? Hat er mir widerstanden etwa? Nee, das ist gar kein Informant. Aber der hier, der rennt mir einfach weg. Ich glaub's ja nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn hier jeder wegrennen kann, wie er will? Und dann muss ich hier wahrscheinlich alles nochmal neu machen. Überall die Häuptlinge. Oh, ist ja irre. Irre. Das dauert ja Millionen von Jahren, das zu spielen. Na ja. Also 10 Stunden Spiel und 200, 500 Stunden leveln und übernehmen und bla. Komisch ist mir bei dem ersten Game überhaupt nicht komisch. Egal. Wir müssen jetzt erstmal hier diesen Meister da oben besiegen. Und dann gucken wir mal, was die Aufgaben hergeben. Nicht wahr? Was macht ihr denn hier? Da oben ist es. Ach komm dann. Hier mal. Zack. Und dann mal da rüber. Und dann Bainas, oder? Nee, Bainias. Als Inbegriff der Kriegskunst der Elben war Celebrimbor so schwer zu fassen, wie er auch tödlich war. Ehre, das Andenken an sein Geschick, indem du Urux tötest, ohne getroffen zu werden. Hallo? Ruhe? 40 Urux, ohne getroffen zu werden. Okay. Das ist schon mal, der hier war gut. Aber, ohne getroffen zu werden. Und innerhalb von 243 trifft 8 Orks mit einer einzigen Feuergrube oder Korkfass. Acht Stück. Ah. Ja, so geht's natürlich auch. X, ja, das stimmt. X. Und... X. Ah, ich hätte nochmal X machen können. Ich hätte nochmal X machen können. Aber leider... X. 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 Oh, war cool. Nochmal geht's, wie oft geht's, ne? Oh, so oft wie das. Ha, 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 ha. Na gut, das ist natürlich wieder... Da ist natürlich wieder eine feine Sache. Ach so, mit den X ist das toll. Und vor allem krieg ich immer Macht dazu. Ähm, wo geht's denn mal weiter? Jungs. Lasst mich nicht im Stich. Ich brauch mehr Feinde. Ich muss die weg-Xen. Da ist einer. Den holen wir uns erstmal. Ach so, nee. Da drüben sind Opfer. X. Wie viel Zeit hab ich noch? Aber mit einer einzigen Feuerfass-Explosion. Das ist schon ein bisschen... Naja, fast schon unanständig. Wo sind die Nächsten? Ah, wo sind denn die? Da unten. Acht Oryx mit einer einzigen Explosion. Wie viel waren das? Ah, nicht so viele. Und, wie viel sind's noch? Oh, was ist noch bloß jetzt? Aber die Acht Oryx mit einer einzigen Feuergrube oder Krogfass-Explosion, das haben wir nicht geschafft. Na, immerhin beim ersten Versuch. Dafür, dass wir uns bei dem Dragen so angestellt haben. Sauron hat uns eine bittere Lektion erteilt. Liebliche Gestalten verbergen mit Anmut ihr wahres Wesen. Anmut ruft Vertrauen hervor. Eine Schwäche, die sie zu nutzen wissen. Naja, gut. Ähm, erstmal Fähigkeiten. Ah, das mit dem X ist natürlich cool. So. Gucken wir mal hier unten bei Geschichte. Halt, was haben wir denn hier? Wird für jeden getroffenen Feind Macht erzeugt. Das mit der Kliefe nutze ich auch so gut wie gar nicht. Das ist... Lade deine Kliefe für mehr Folgeangriffe doppelt auf. Tippe nach dem Aufladen mehrmals auf X. Oh Gott. Ah. Versuchte... Was verursacht nach Ende von Elbenwut eine feurige Explosion? Ach gut, komm, geh mal her, mal sehen. Ne? Schauen wir mal. Und Ausrüstung? Haben wir da irgendwas geholt? Ne, das mache ich alles. Danach. Also. Wir gucken hier mal. Das sind alles diese obligatorischen Bli-blab-lub-l-Quests. Und auch diese Sachen hier. Wie ein Dieb. Und... Boah, das ist ja alles. Massakal. Häuptlingervorloggen. Okay. Okay, dann... Ja, die haben wir... Dann müssen wir jetzt mal die Aufträge reingucken. Und zwar... Seregost. Gonduraner. Minus Ithil. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das müssen wir machen. Was ist denn hier alles dazu gekommen? Gefrorene Flamme in Seregost. Dann hier in Nurn. Oh, in Nurn ist was dazu gekommen. Oh nee, dann gehen wir zuerst nach Nurn. Ich glaube, wir gehen zuerst nach Nurn. Nurn. Weil da... Da waren wir ja vorher. Ja, wir gehen nach Nurn. Hätte ich da gleich... Warte mal. Hätte ich da gleich schnell hinreisen können. Steht da irgendwo was? X Schnellreise. Hey, toll. Ach, das ist Seregost. Nee, ich will nach Nurn. Na jetzt wird ein Schuh draus. Ach so. Ja, hallo Nurn. Grüß dich. Und wo ist jetzt das Quest? Aha. Dann können wir eigentlich hier hoch mal fix reisen. Und dann gehen wir zur besten Verteidigung. Immer noch 1800 Fuß. Könnten wir eigentlich mal ein Tier rufen, oder? Wie wär's denn damit? Und mit dem werden wir hier mal zum Questy reiten. Ah ja, auf der Map habe ich viele, viele Stunden zugebracht. Aber dass ich die ganzen Häuptlinge auf allen Maps sammeln muss. Und boah, Wahnsinn. Das ist ja jede Map ein eigenes Spiel, wenn du so willst. Also, ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck ist. Aber. Irgendwas läuft hier. Kommt bestimmt ein Antreff jetzt an. Nee, du sollst... Hä? Ja, steig mal ab jetzt. Komm. Wie ist er denn gerade abgestiegen? Einmal kurz... Ah, wieder was gelernt. Einmal kurz RB ist absteigen. Und RB gedrückt halten ist... Tod. Die beste Verteidigung. Dir gehört die Region Nurn. Doch, für wie lange? Saurons Heer bereitet einen Angriff auf deine Festung vor, um die Region zurückzuerobern. Sie muss verteidigt werden. Dann tun wir das. Let's go. Waldleifer, es gibt Ärger. Mal ganz was Neues. Stör den Herrn nicht mit deinem Unsinn, du kleine Memme. Memme? Wirklich, Bruce. Das schmerzt. Es schmerzt nach ihm wehren. Was für Ärger. Naja, meine Rippen tun weh. Aber was ich dir sagen wollte. Die Festung wird angegriffen. Der dunkle Herrscher weiß, dass du hier bist und die Tür zu meinem Fluchttunnel klemmt. Ein Test für unsere Verteidigung. Und unsere Verteidiger. Bruce, mach dich zur Abwehr bereit. Oh, das klingt nach einem Job für Oberherrn so und so. Schließlich war ich ja nicht gut genug für diesen Posten. Du wirst tun, was man dir sagt. Komm schon, heller Kerl. Ich mach doch nur Spaß. Du weißt doch, wie gern ich Köpfe abreiße. Ich werde die Festung schützen, als wäre es meine eigene. Und ich werde auch mithelfen. Ich sehe mal nach den Vorräten in der Kammer. Nicht, dass sie vergiftet wurden. Wie dumm zu denken, eine Festung in Mord erhalten zu können. Und wenn du denkst, dass du oder deine Verräterbande den Tag überlebt, bist du sogar noch dümmer. Er ist todkrank, also Gift. Ja, ich hab leider gerade kein Gift. Bestienfutter, ja. Und hier das übliche Schweren in Richtung Feuer. Und wahrscheinlich ist er... Ah ja, das ist schon... Okay, aber er ist nicht beschussfest. Das ist schon mal gut. Verteidige die Siegpunkte. Und wo sind die Siegpunkte? Hm. Komm, ich will da runter. Mist. Geht nicht. Ne, der ist schon wieder... Hä, wo ist er denn? Ne, der ist noch draußen, ne? Ja, er ist hier unten drunter. Komm, ich will da raus. Geht das gar nicht? Doch, das müsste gehen, ja. Komm, Junge. Machen wir das mal so. Herumgepfe. Wie kann ich dich auch festnageln, Junge? Tut das weh? Aua. Ey. Junge. Ich glaube, ich muss mir hier erst mal... Ja, ich weiß schon. Habe ich jetzt voll aufgeladen? Oh ja, ich war voll aufgeladen. Ja, das ist auch so eine... So eine Waffe oder Rüstung, die ich habe. Züngeln und Tanzen. Und du wirst dich ihnen hingeben. Ja, was ist denn? Ich kenne dich doch schon, Junge. Muss man erst mal hier ein bisschen dein... ...kleines Käpfchen ein wenig streicheln. Und dann müssen wir hier uns mal entschnappen. Wo ist er? Mein Freund. Na, Junge? Wie sieht's aus? Ja, gut sieht's aus. Mist. Y. Ah, der Schattenankampf ist auch nicht schlecht. Hier bin ich. Ist er wieder erzürnt? Ja. Okay, das geht nicht mehr. Ich bräuchte mal wieder hier ein bisschen Pfeile. Oh, da ist einer zum Pfeile sammeln. Und er ist gleich wieder da? Oder? Ah ne, er geht wieder ran an die Mauer. Oh, den kann ich übernehmen. Ja, das darf ich. Rekrutieren. Für mich weiterkämpfen. Ich verteidige dich. Jawohl, danke. Ich siege die nächste Welle. Ach so. Oh, wo sind sie denn? Oh, die sind schon drin. Die sind schon drin. Ist ja Wahnsinn. Das geht ja flott, Jungs. Hallo, ich muss hier was verteidigen. Na los, wo sind sie? Hier ist er. Na? Ja, da ist schon einer weg. Die Mauern dieser Festung sind recht schwach. Ein bisschen wie die Tortel, die sie verteidigen. Natürlich, Junge. Schleichen. Oh, Boy Guy fliegen. Aber ich glaube, das sind hier keine, wa? Die Moon gegen Hinrichtung. Natürlich. Hey. Nein, das ist der Falsche. Halt, ich muss mal sein Weichschädel. Nee, du sollst doch nicht. Hallo? Ja, jetzt. Komm, Weichschädel. Wo ist er? Benommen. Kann ich den dann übernehmen, wenn er benommen ist? Nee, ne? Oder? Geht das? Weg, ja. Weg, weg, weg. Ja, ist er wieder erzürnt. Hallo, ich will die Pfeile. Hallo, gib mir mal die Pfeile da. Ach so, ich hab sie schon längst. Und dann sind sie wiedergekommen, wa? Wo ist er? Ah, ist er. Oh, der hat meinen Dux kaputt gemacht. Boah. Ist das gemein. Komm, Junge. Jetzt kann ich dich auch übernehmen, oder? Mist. Ja, ich muss dich kaputt machen. Keine letzten Worte. Keine letzten Worte. Kann ich dich jetzt übernehmen? Ich brauch dich, Junge, du bist so gut. Komm. Oh, die töten alle meine Helden. Kann doch nicht sein. Mann. Komm, sterb doch endlich. Oder zumindest Kämpfe für mich. Rekrutieren. Ich bin dein Diener. Na, bitte. Mal für mich kämpfen, Junge. Das macht sie kalt. Ey. Oh, die nächste Welle. Hallo, komm. Ich muss weiter hier. Ey. Mal gucken, wer kämpft denn da alles Schönes für mich? Niemand? Was, da ist niemand? Okay. Na. Ey. Das nervt mich so an hier. Da kommt diese eine Stufe nicht hoch. Ich brauche Hilfe. Und ihr müsst rein. Die anderen Orks verspotten mich. Sie sagen, dass ich wegen der Zähne so komisch klinge. Aber diese Zähne bohren sich so gerne in Menschensreis. Schön. Schön. Oh, jetzt bin ich wieder gerettet. Haben wir mich wieder gerettet. Ey, das sind aber ein bisschen viele hier. Mensch wird je eine Festung in Mordor befehligen. Wir holen uns jedes Fleck hier zurück, drängen ins Reich der Menschen ein und säubern es von deinem dreckigen Volk. Natürlich macht ihr das. Morgai fliegen. So, ich muss hier einfach mal ein bisschen durchgehen durch die ganzen Jungs. Was? Ein Verbündeter. Wer ist denn gefallen? Au. Habe ich hier nicht mal irgendwas? Oh, da hinten ist Feuer. Kommt her hier. Oh, die sterben alle. Der ist aber auch gefährlich. Kann ich die nicht mal hier wiederbeleben? Ja, so geht's. Komm. Das ist ganz schön heftig hier. Ich brauche mal hier wieder ein bisschen Saft. Und hier haue ich mal ruf. Und dann der Junge hier. Na, das war doch schon mal was. Wie sieht's aus? Wer lebt noch? Hier da, der Kleine. Muss hier erstmal einen übernehmen. Gebrochen, das ist gut. Dann schnappe ich mir den. Rekrutieren. Den mit den Zehnen aber. Erreiche den Wehrturm. Na los, auf zum Wehrturm. Und was ist denn da wieder am Wehrturm? Kommt dann der Sauron selber, oder was? Bestimmt nicht. Oder heißt das, ich hab gewonnen. Das sollten die letzten gewesen sein. Es wird sicher einen weiteren Angriff geben. Ich hoffe es. Das war ein Riesenspaß. Du hast gut gekämpft. Ich hab dir doch gesagt, ich schütze diese Festung, als sei es meine eigene. Was sie jetzt auch ist. Ich weiß gar nicht, ich weiß wie es sagt. So. Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind wieder hier. Wir holen uns die Festung zurück. Wir schlachten diesen verfluchten Olog und sein ganzes Gefolge ab. Und was geschieht mit jenen an unserer Seite? Offenkundig kann man ihnen nicht trauen. Wir statuieren ein Exempel an allen, die sich widersetzen. Da hat er uns verraten ohne Ende. Und dann haben wir ihn sogar noch wiederbelebt. Hätten wir das gewusst? Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Ja, das ist, das schreit sowas von nach Rache. Gucken wir uns erstmal an, wie es hier aussieht. Aber wahrscheinlich, ich bin in Nurn und das sind schon wieder Monumente. Aha. Okay, die Monumente muss ich ja erst kalt machen. Das ist alles wieder nur Geplänke. Aber das kann ich wahrscheinlich noch gar nicht. Ich brauche erst die kleinen Quests hier. Oder? Ach ne, beschädigt. Okay, doch, ich kann das wieder machen. Boah, ist das ja. Wir haben es nicht zum letzten Mal gesehen. Wir können seinen Verrat nicht ignorieren. Ne. Das stimmt. Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Und es wird eine Warnung für alle, die es wagen. Bruce steigt die Macht zu Kopf. Hol ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Wo ist der Weg? Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ich ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet worden. Entschuldige. Das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt-Leidestog. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nah. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt? Er hat dich aufgespießt und durch. So still. Da sind drei Gefangene. Ihr rein und macht ein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Ah, das sind meine ehemaligen Verbündeten. Sehe ich das richtig? Ja, ich denke schon. Okay. Terrorisieren. Das gefällt mir gut. Warum geht's denn jetzt so nicht? Hä, wen hat er denn anvisiert? Den da? Ja, ich befreie dich schon gleich. Komm her. Danke. Nee, dann befreie ich erst noch den hier. Ja, du sagst es drei und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na das wird nützlich sein. Untertitelung des ZDF, 2020